Schauen wir zu Christoph Anna, live zugeschaltet aus Moskau. Guten Morgen Christoph, also auch Wladimir Putin hat sich ja jüngst zu den Behauptungen geäußert, Russland könne die NATO angreifen. Was hat er denn genau gesagt dazu? Putin hat sich diesbezüglich bei dem Truppenbesuch im Bereich Dwehr, also unweit von Moskau, geäußert. Und er hat gesagt, dass Russland in keinster Weise vorhörte, die NATO anzugreifen. Und diejenigen, die behaupten, dass Moskau die baltischen Staaten, Polen oder Tschechien attackieren wolle, die würden nur versuchen, Verunsicherung zu stiften in den jeweiligen Bevölkerungen. Und Putin hat gesagt, nicht wir haben uns der NATO genähert, sondern die NATO ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer näher an unsere Grenzen herangerückt. Und was den Russen ja traditionell übel aufstößt, sind die fünf NATO-Osterweiterungen, die es bisher gegeben hat, zwischen 1999 und 2020. Und jetzt kommen noch die beiden NATO-Norderweiterungen dazu. Finnland 2023 und jetzt erst kürzlich vor drei Wochen Schweden. Also das ist es, was Putin dann seinerseits der NATO vorwirft. Und meine persönliche Meinung ist, dass Russland tatsächlich zumindest im Augenblick nicht vorhat, die NATO anzugreifen, einfach weil das Kräfteverhältnis absolut zugunsten der NATO-Staaten steht.